So und los geht's mit dem achten und letzten Part unseres Angular Tutorials. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute ist das achte bzw. das letzte Video zu Angular bzw. zu dieser Tutorial, zu dieser Reihe. Nicht das letzte Video zu Angular, in Zukunft wird hier noch viel mehr kommen. Ansonsten werden wir uns heute damit beschäftigen, noch so ein kleines letztes Gimmick, was jede To-Do-Liste ausmacht, einzubauen, und zwar Drag & Drop. Drag & Drop ist ein Feature, das sehr praktisch ist, eigentlich in vielen Anwendungen sehr positiv zu sehen ist, vor allem weil es leicht und intuitiv zu verstehen ist. Das heißt, ich kann einfach irgendetwas irgendwo hinziehen und es verändert seine Position. Das ist so die banalste Art, etwas zu sortieren, sage ich mal, und deswegen sollte man es immer implementieren, sobald es um so eine Funktion geht. Das Ganze ist in Angular ziemlich simpel und wir werden das auch sehr schnell einbauen mit so einem kleinen Track-Händler, was heißt, dass wir nicht den ganzen To-Do-Punkt anfassen können und das, finde ich, ist ein guter Abschluss für diese Tutorial-Reihe. Also verlieren wir keine weitere Zeit. Bis dahin, viel Spaß und los geht's! So, heute geht es darum, Drag & Drop zu machen. Dazu geht ihr als erstes mit CD in unseren Ordner, also in Angular Tutorials, dort in unsere To-Do-List und hier installieren wir mit npm install ng2-dragular. Das Ganze ist natürlich ein super Wortspiel und installiert lediglich ein kleines Module, was wir jetzt nutzen werden, um das alles ein bisschen weiterzuentwickeln. So, nachdem das Ganze erfolgreich installiert wurde, müssen wir als erstes in unserem SRC-Ordner in die polyfill.ts gehen. Hier scrollen wir ganz runter und sehen hier Application Imports. Hier können wir einfach etwas importieren. Das steht auf deren Liste, wie man vorzugehen hat. Deswegen müssen wir das Ganze auch mit einer leeren Zeile beenden. Und alles, was zu Dracula wichtig ist, habe ich unten in die Videobeschreibung verpackt. Da könnt ihr euch nochmal die Documentary durchlesen, wenn ihr möchtet. Das Ganze speichern wir ab und schließen wir hier jetzt wieder. Das nächste, wir gehen in unsere App in die Module und müssen hier einige Sachen importieren. Als erstes importieren wir nämlich dann hier unten einfach das Dracula-Module aus ng2-dragular. Das heißt, wir haben das jetzt hier in npm installiert und können darauf jetzt zugreifen. Allerdings müssen wir es ebenfalls noch in unsere Imports hier unten auflisten. Was heißt, Komma, zack, das muss dazu. Das sieht etwas anders aus als die Standard-Modules. Das hat einen Grund, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Man muss es aber so einbinden. Es steht auch bei denen in der Documentary. So, das speichern wir jetzt auch ab und haben wir soweit erledigt. Das nächste, was wir machen müssen, wir müssen etwas stylen, weil damit wir irgendwie was durch die Gegend bewegen können, müssen wir dafür sorgen, dass wir auch irgendwas durch die Gegend bewegen können. Dazu gehen wir in unsere Style-Datei und hier kopiere ich einen Code von deren Documentary rein mit Mirror, Hide, Unscalable und so weiter. Das sind einfach standardmäßige Styles, die das Tool braucht, um zu funktionieren. Könnt ihr so Copy-Pasten, müsst ihr auch nicht weiter hinterfragen, theoretisch. Als nächstes gehen wir hier an der Seite in unserer Page-List, gehen hier in unsere Page-List, also in unsere TS-File und können nun hier ganz einfach uns Dragular ebenfalls importieren. Das machen wir hier oben einfach rein. Zack, da haben wir es schon. Das nächste, was wir machen, ist, wir müssen, weil das ein Service ist, müssen wir diesen Service wieder in unseren Konstruktor importieren, damit wir ihn nutzen können. Jetzt haben wir hier Dragular Service. Das können wir ebenfalls als Public machen und dann können wir damit arbeiten. Das erste, was wir jetzt machen, wir schaffen uns eine neue Gruppe, ebenfalls hier in unserem Konstruktor und sagen, wir schaffen uns this Dragular Service, create group to do's. Spillover ist true, das machen wir jetzt mal auf false. Spillover bedeutet, man könnte diese aus dem Container rausziehen und dann würden sie verschwinden, das wollen wir aber nicht. Das nächste, was wir machen, ist, wir wollen dieser Gruppe, also beim Drop soll irgendetwas passieren. Dazu kommen wir gleich, was heißt, wir fügen erstmal hier etwas hinzu und sagen, okay, wenn wir das loslassen, also wenn wir ein Element droppen, dann soll etwas passieren. In unserem Fall soll erstmal einfach gar nichts passieren, außer, dass wir console.log, das Element, was wir losgelassen haben, uns einmal ausgeben lassen wollen. Hier seht ihr schon, wird uns etwas markiert, was heißt, wir brauchen noch eine zusätzliche Variable und diese bedeutet, wir brauchen hier public, subs und dann use subscription. Deswegen haben wir hier auch aus rx.js letztem Video subscription importiert. So, wir haben jetzt ein Service soweit schon fertig, allerdings müssen wir bei Dragular immer darauf achten, dass wenn wir das Element verlassen, also unsere Komponente schließen, dass wir das Ganze auch löschen. Was heißt on destroy, also sobald unsere Komponente in irgendeiner Form vernichtet wird, gelöscht wird, sollen wir etwas hinzufügen. Was heißt, wir fügen jetzt hier oben eine neue Lifetime-Funktion von Angular hinzu mit destroy und sagen jetzt nicht auf on init, sondern on destroy soll etwas passieren und zwar sagen wir, this sub soll unsubscribed werden. Was heißt, sonst führt das zu Problemen, wenn man das nicht macht. Das speichern wir jetzt erstmal so und wir können jetzt immer noch nichts machen hier wirklich, also es funktioniert alles noch nicht so, wie es eigentlich soll und das ist natürlich nicht das Wahre. Was heißt, hier müssen wir noch ein bisschen was dran ändern und das, was wir jetzt ändern müssen, müssen wir in der HTML-Datei machen. Hier können wir jetzt nämlich sagen, okay, hier haben wir unser To-Do-Element und diesem To-Do-Element können wir jetzt, also denkt man jetzt, sollte man was hinzufügen. Allerdings spielt Dragular auf einer höheren Ebene. Was heißt, wir müssen nicht unserem Element, was wir dragen wollen, etwas hinzuweisen, sondern unserem Div-Container, unserem Eltern-Element. Und hier muss ich ein paar Elemente hinzuweisen, nämlich einmal Dragular, To-Dos, was heißt, wir sprechen hier die Gruppe an, die wir hier erstellt haben, die To-Dos-Gruppe, sagen dann wir, das Modul, was Dragular benutzt, ist unser To-Do-Array und hier on change soll ein Event ausgeführt werden. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, können wir diese hier schon wunderbar bewegen. Es funktioniert, wir können es dragen. Allerdings, jetzt ist Webseite oben, wenn ich aktualisiere, ist Webseite immer noch oben, wenn ich rechne, noch oben ziehe und aktualisiere, ist aber wieder Webseite oben. Das heißt, es richtet sich noch nicht aus. Wenn ich das bewege, passiert noch nichts. Wir erzeugen noch kein, wir sortieren zwar optisch, aber sobald wir neu laden, wird das nicht gespeichert. Und das müssen wir jetzt machen. Das heißt, in dem Moment, wo wir hier das abfeuern, das heißt, ich kann das mal anzeigen lassen, haben wir jetzt hier unsere Konsole. Wir lassen dann unser Element hier anzeigen. Das funktioniert also schon. Wir können also grundsätzlich, sobald wir etwas bewegen, den Speicherstand uns markieren und in die Datenbank schreiben. Das sollten wir tun. Das heißt, wir brauchen eine neue Funktion. Diese Funktion schreibe ich hier drüber. Diese Funktion heißt Public Position. Und Position hat die Aufgabe, etwas ganz Einfaches zu tun, nämlich einmal standardmäßig einfach zu sagen, hey, ich möchte jetzt eine Position starten. Und hier drin haben wir die Position, die sagen wir einfach standardmäßig ist die 0. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen hier, wir gehen unsere gesamten To-Dos, die wir haben, gehen wir jetzt einmal durch. In einer Vorschleife wollen wir einfach sagen, okay, für jede To-Do, die wir haben, wollen wir jetzt die Position um 1 höher zählen. Gleichzeitig wollen wir unsere To-Dos, die wir hier definiert haben, also das einzelne To-Do, wollen wir ansprechen, indem wir jetzt sagen, To-Do Position gleich Position. Das heißt, das erste hier oben ist Position 1, das zweite ist Position 2 und so weiter, weil unser Array, den wir hier haben, der wird sortiert durch Dragular. Wir speichern diesen Array jedoch nicht in unsere Datenbank und auch die wenigsten REST APIs speichern wirklich die Reihenfolge eines Datensatzes in die Datenbank. Das heißt, wir zählen jetzt hoch und weisen eine Position zu. In dem Moment, wo wir das getan haben, sagen wir, okay, in dem Moment speichere uns doch dieses To-Do Element per Put, was wir ja schon öfter gemacht haben mit Label und Check und Löschen und so weiter. Speichere uns das Ganze hoch und sage uns, hey, es wurde etwas neu positioniert. Das Ganze speichern wir jetzt ab, nehmen uns To-Do, also Position, sagen hier, wir wollen this.position, aufrufen jedes Mal, wenn wir ein Element bewegt haben, öffnen uns jetzt die Konsole und wenn ich das jetzt bewege, zack, kriegen wir hier, Rechnung wurde erstellt und neu positioniert, wurde neu positioniert. Das heißt, wenn ich das jetzt neu lade, steht Rechnung allerdings immer noch unten. Aber das Ding ist, wir haben jetzt, wenn wir in unsere Datenbankansicht gehen, haben wir hier Position 1, Position 2, Position 3, Position 4. Ich öffne mal diese alle in unserem einen Array. Das heißt, wenn ich die jetzt neu starte, haben wir hier eine Reihenfolge und wenn ich das jetzt hier öffne, haben wir hier im Prinzip die Reihenfolge neu vergeben. Das heißt, wir überschreiben sozusagen jetzt unseren Array und haben den hier. Wir überschreiben den auch in die Datenbank. Das sollte theoretisch funktionieren und können jetzt dafür sorgen, okay, dann lass uns jetzt diesen Array, wenn wir ihn erhalten, auch wieder richtig positionieren. Das heißt, wir sagen jetzt in unserem Load Data Element, hier drunter, sagen wir, in dem Moment, wo wir die Arrays, also den oberen Array erstellt haben, wollen wir dafür sorgen, dass unser Array sortiert wird mit der Sortierfunktion, ziehen wir die einfach voneinander ab. Das ist eine 0815 Sortierfunktion, speichern das Ganze ab und jetzt, wenn wir das hier einfach runterziehen, Rechnung ist jetzt hier unten, dann lade ich neu und dann ist Rechnung auch hier unten. Wenn ich Rechnung ganz hoch ziehe, lade ich neu, ist Rechnung ganz oben. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir das hier durch die Gegend bewegen, hinzuzuziehen, verändern und es bleibt gespeichert, es funktioniert. Was wir jetzt zusätzlich noch machen können, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben, beziehungsweise was auch nicht unbedingt gemacht werden muss sozusagen ist, wir können diese Load This Position auch noch hier unten aufrufen, in dem Moment, wo ein neues To-Do generiert wird. Das heißt, wenn ich hier sage, okay, wir generieren, wenn wir ein neues generieren, danach soll direkt Position neu verteilt werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier ein neues Element erstelle, werden alle nochmal neu positioniert, ist ein bisschen besser. Und wenn wir das hier jetzt öffnen und ich das hier bewege, dann seht ihr auch, zack, Webseite ist jetzt Nummer 1 geworden. Wenn ich Webseite ganz runterziehe, dann steht da, zack, Webseite ist Nummer 6 und alle haben sich aktualisiert. Es ist jetzt natürlich nicht die effizienteste Methode zur Sortierung, allerdings funktioniert es für so eine kleine Liste ganz gut. Selbst wenn hier 300 Elemente drin wären, wäre das immer noch performant und würde sich immer noch im Millisekundenbereich abspielen, wenn man das ausführt. Das heißt, wir haben jetzt eine Liste, die wir hier ganz einfach bedienen können. Wir haben hier unsere Elemente, wir können Elemente löschen, wir können neue Elemente hinzufügen und wir können diese mit Drag & Drop einfach durch die Gegend ziehen und sortieren. Das Ganze funktioniert also wunderbar und damit habt ihr eine erste, kleine, feine, bisschen überkomplexe Angular-App gebaut, die man leichter bauen hätte können. Aber so haben wir alles mal ausprobiert und ich hoffe, euch hat das Video bzw. diese Videoreihe gefallen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video bzw. diese Reihe gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr einfach mal euer Feedback zu dieser Reihe geben wollt oder einfach sagen möchtet, was ihr euch in Zukunft mit Angular wünscht, dann joint doch der Community auf Facebook, Twitter, Instagram oder Discord, alles unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate bzw. zu Patreon, wenn ihr diesen Channel, wie gesagt, etwas supporten wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem letzten Video 2018. Bis dahin, viel Spaß und ciao!